Okay, die Furche. So, ah, hier haben wir jetzt noch Flakgranaten, nice. Generell ganz schön viel Zeug. So, Logbuch N, Onotop. Nun sind wir hier und werden mit einer weiteren riesigen Bestie konfrontiert. Wir ruhen uns jetzt aus und gehen das Problem morgen an. Wir kriegen keine Verbindung zur ISV-Kran. Unser Radio empfängt nur Rauschen. Okay. Okay, du Scheiße. Oha. Oh, ach du Kacke, das sind zwei von der Sorte. Naja. Dann nichts geht mehr. Wuhu. Okay, bisschen. Komm, zeig mir, wie viel Schaden du machst, Bio-Schlammache. Ich meine, die macht es doch bestimmt gut Schaden, aber der hat aber auch gut HP, ne? Ei, ei, ei. Nice. Sehr gut. Nummer 1 haben wir. Aber Nummer 2 wartet da hinten bereits auf mich. Ne? Okidoki. So. Aua. Na. Danke. Wow. Hat mehr HP als gedacht. Oder der Rocket Launcher macht weniger als gedacht. Ja, der hat ja wenig Schaden gemacht, gefühlt. Oder die Pistole macht viel. Mischung aus beiden vielleicht. Naja. Nimm dies. Komm oooon. Stirb. Nice, dass sie auf jeden Fall irgendwie einfach in den Weg fliegen und von ihm weggepielt werden. Oh, er hat die ersten Schmerzensdinger gemacht. Nice. Dann kann man immer sehen, dass sie Close sind anscheinend. Zumindest war es bisher eher so, wenn die angefangen haben hin und wieder zu zucken nach Treffern. Hat es bisher bedeutet, dass sie kurz vor ihr am Ende sind. Zack, zack, zack. Wir brauchen auf jeden Fall das, das auch. Was ist das hier? Nichts, nur ein Stein. So, da ist die ISV Kran. Was ist das da hinten? Noch Gegner? Sieht da noch aus? Was ist das? Sehr schön. Unglaublich. Dass die alle auch noch so gut ausweichen. So, lass mich rein gefälligst. Die machen das ja. Ich muss zugeben, ich habe damit nicht gerechnet. Ehh. Guten Tag. Oh, was geht denn da ab? Darf ich das Ding bedienen? Anscheinend nicht inoperable. Das ist gemein, finde ich. Ups. The fuck? Ah. Oh je. Ich habe hier ein paar kleine Grafik-Bugs anscheinend. No. Ähm. Ähm. Bewegt sich das nicht mehr? Ah, jetzt. So. Diesmal aber richtig. Schön hier drauf springen. Und warten. Perfekt. Perfekt. Okay. Oh wow. Ja gut, das ging sehr schnell. Ich erkundige mich noch nach Secrets. Äh. Ne. Secrets. Gibt es keine mehr. Also wie die sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao. Joe. Ciao.